Hallo. Vor einiger Zeit habe ich hier auf meinem Kanal ja mal ein Interview mit meinem Doktorvater, Professor Michael Seuker, veröffentlicht. Falls du es noch nicht gesehen hast, das findest du hier. Unter diesem Video haben einige von euch spannende Fragen gepostet. Und ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt und sie Dr. Ulrich Kemper gestellt, den du vielleicht schon vom Video über die verschiedenen Perspektiven auf Alkoholabhängigkeit kennst. Herr Kemper ist Psychiater und Psychotherapeut und leitet im LWL-Klinikum in Gütersloh die Suchtabteilung. Und er kann echt toll erklären. Ich wünsche dir viel Freude und Erkenntnis mit diesem Video. Uns haben ja ein paar Fragen erreicht, die ich Ihnen gerne stellen möchte, weil es sind wirklich super, super gute Fragen. Auf meine Community ist Verlass. Und ich freue mich echt auf Ihre Antworten. Die erste Frage lautet, ab wann jetzt? Mal so aus Ihrer Erfahrung heraus. Würden Sie sagen, dass jemand ein Alkoholproblem hat? Das ist eine spannende Frage, weil es ja oft so ist, dass Menschen selber das noch gar nicht merken am Anfang, sondern Angehörigen das oft zuerst auffällt. Und deshalb finde ich ein ganz schönes Instrumentarium. Das besteht nur aus vier Fragen. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, CAGE. Das ist ein sogenanntes Akronym. Das heißt, der erste Buchstabe steht dann jeweils für eine Frage. CAGE ist, wie man hört, aus dem Englischen. Das erste C steht für Cut Down. Hatten Sie schon einmal, waren Sie schon einmal der Meinung, Sie sollten weniger trinken? Das zweite A steht für erneunt. Das würde dann heißen, haben Sie sich schon einmal geärgert, weil Ihnen jemand Vorwürfe gemacht hat, dass Sie zu viel trinken? G steht für guilty, schuldig. Haben Sie sich schon einmal wegen Ihres Trinkens oder wegen Ereignissen um das Trinken herum schuldig gefühlt? Und E steht für eye-opener. Haben Sie schon mal morgens getrunken, um überhaupt in Fahrt zu kommen? Das wären sozusagen die Kriterien. Und das Spannende ist, es ist auch großartig untersucht, wenn man nur zwei von diesen vier Fragen mit Ja beantworten kann, dann hat man schon zu 90 Prozent ein Alkoholproblem. Okay, aber irgendwie muss das doch auch zeitlich eingeordnet werden, oder? Weil es kann ja sein, dass Sie jetzt zum Beispiel diese Kriterien irgendwann in Ihrer Studienzeit mal erfüllt hätten, aber mittlerweile... Ja, ja, es bezieht sich immer, immer auf den Zeitraum von, beim Cage weiß ich jetzt gar nicht, glaube auch auf ein Jahr. Okay, alles klar. Das ist jetzt nicht einmal auf die Lebenszeit, natürlich hat man sich, sondern auf einen relativ aktuellen Zeitraum bezieht sich das. Okay, also das nur zur Klärung. Ja, und das ist eben nochmal wichtig, weil es auch die Fremdperspektive mit drauf nimmt. Das kenne ich auch aus Beratungsstellensituationen, dass dann da jemand sitzt und sagt, meine Frau schickt mich, weil die meint, ich trinke zu viel. Dann sage ich immer, es ist ja großartig, dass Sie trotzdem hier hingekommen sind, auch wenn Sie selber der Meinung sind, Sie haben gar kein Problem. Wollen wir nochmal zusammen überlegen. Ja. Ja, dieser Cage-Test, der hat sich echt bewährt, weil der so einfach ist und doch relativ präzise. Genau. Und es gibt eben auch ausführlichere Tests, den Audit und das mit jede Menge Fragen. Dann gibt es ja eben den Münchner Alkoholismus-Test, aber das sind dann immer gleich Testbatterien. Und mit diesen vier einfachen Fragen. Und es ist tatsächlich schon eine wichtige Frage zu sagen, Mensch, haben Sie nicht schon mal selber gedacht, Sie sollten weniger trinken? Dann kommt man, glaube ich, auch ins Nachdenken. Insofern ist das auch ein guter Gesprächseinstieg. Also Sie verwenden dieses Instrument. Ja. Also jetzt, wenn ich mit jemandem, der wegen Sucht zu mir kommt, nicht. Aber wir arbeiten ja auch viel mit Hausärzten zusammen und denen sagen wir, Mensch, das könntet ihr doch einfach mal mitlaufen lassen. Das ist nämlich auch immer bei uns ein großes Problem, dass Patienten zu uns kommen und sagen, Mensch, warum hat der mein Hausarzt mich nicht eher mal drauf angesprochen? Der hätte doch eigentlich merken müssen, ich hatte doch immer erhöhte Leberwerte, aber der hat es nicht gesagt. Und dann sagen wir, laden wir auch die Hausärzte dazu ein und zu sagen, sprecht es doch offensiver mal an und fragt, wie die Ärzte das in der motivierenden Gesprächsführung lernen, fragt vorher um Erlaubnis. Sagt also eurem Patienten, Mensch, mir ist bei Ihnen aufgefallen, Sie haben erhöhte Leberwerte, darf ich Ihnen dazu mal was sagen? Und dann fällt man sozusagen nicht gleich mit der Tür ins Haus und sagt, Sie trinken zu viel, sondern möchten Sie von mir mal was zum Thema Leberwerte und Alkohol hören? Sagen die Patienten fast alle ja. Aber es ist schon ein sehr motivierender Einstieg. Nächste Frage, ich kenne jemanden, 60 Jahre jung, also ein bisschen über 60, der regelmäßig abends seine zwei Biere trinkt. Muss ich da Bedenken haben? Grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, wer jeden Tag Alkohol trinkt, der sollte schon mal nachdenken. In verschiedenen Ratschlägen, die von verschiedenen Organisationen rausgegeben werden, sagt man, auch ein tägliches Bier kann ein Risikofaktor sein. Kanada hat jetzt gesagt, maximal zwei Drinks pro Woche. Ja. Also wenn es um die Gefährdung geht, ja. Andererseits kann man natürlich auch Menschen überfordern. Und das wollen wir auch nicht letztlich. Also es geht ja auch darum, zu sagen, wir wollen die Gefahren aufzeichnen. Aber natürlich gibt es ja auch Gefahrenpotenziale, die letztlich jeder verantworten muss für sich. Okay, aber zwei Bier pro Abend definitiv? Sind definitiv zu viel und man sollte sich auf alle Fälle Gedanken machen. Wann kommt man leichter vom Alkohol weg? Wenn man unregelmäßig trinkt, aber dann, bis es kein Ende gibt, also dieses Absturztrinken betreibt? Oder wenn man jeden Tag trinkt? Gibt es einen Unterschied? Ist es leichter, von dieser Absturzsucht praktisch wegzukommen oder von dieser Gewohnheitsspiegeltrinkersucht? Ja, es ist tatsächlich so, dass man von der Absturzsucht schneller wegkommt. Und zwar wegen des Absturzes. Das heißt, wie in der Frage vorher ist es so, wenn ich jeden Abend zwei Flaschen Bier trinke, dann habe ich im Regelfall wenig negative Konsequenzen. Das heißt, dann habe ich am nächsten Tag keinen Kater bei zwei Flaschen Bier. Wahrscheinlich habe ich auch noch keinen Leberschaden oder irgendwas anderes. Und wenn ich nicht von außen drauf hingewiesen werde, dass ich immer vom Fernseher einschlafe und an sich abends mit mir nichts los ist, weil ich außer Biertrinken nichts mache, habe ich relativ wenig negative Konsequenzen. Und der Absturztrinker, der hat negative Konsequenzen, wie ja schon im Absturz drin ist. Da gibt es dann am nächsten Tag Kopfschmerzen oder es ist irgendwie doch mal einen Tisch umgerissen oder was weiß ich was. Aber es ist sozusagen erkennbar, hier ist was nicht in Ordnung. Außerdem ist es ja so, dass auch Absturztrinken jetzt in Deutschland auch nicht mehr so gern gesehen wird. Das heißt, wenn jemand bei Ihnen auf einer Feier sich daneben benimmt, dann wird das nicht mehr so ohne weiteres akzeptiert. Während wenn jemand so still und leise für sich zwei Flaschen Bier oder jeden Abend was trinkt, das wird gesellschaftlich eher durchgewunken. Also dadurch, dass das wegfällt, habe ich praktisch einen Verstärker in Richtung... Genau. Ich kriege also eine Veränderungsbereitschaft eher hin bei den Absturztrinkern, weil die sozusagen eher dann in Behandlung gehen oder von sich aus auch alleine aufhören. Und was ist gesundheitsschädlicher, wenn ich dieselbe Menge konsumiere, sage ich jetzt mal A und B, aber A konsumiert alles auf einmal und B jeden Abend? Es ist tatsächlich wahrscheinlich so, dass die Stoßmenge schädlicher ist als die niedrige Menge. Wir wissen das auch, dass zum Beispiel, wenn man jemanden ganz oft Alkoholentzüge selber macht ohne ärztliche Begleitung, dass das auch nicht gut ist, weil das das Gehirn und den neuronalen Stoffwechsel so durcheinander bringt, dass man das besser lassen sollte. Man weiß das ja auch, es gibt ja diese berühmten Krampfanfälle im Entzug, die ja auch im Zweifelsfalle, zumindest wenn ich an der falschen Stelle umfalle damit, auch lebensgefährlich sind. Und deshalb ist es dann, empfehlen wir immer Menschen, die also größere Mengen Alkohol getrunken haben. Das ist jetzt bei zwei Flaschen Bier kann man das noch alleine gut zu Hause schaffen, aber wer jetzt eine halbe Flasche Schnaps getrunken hat, der sollte sich eine ärztliche Behandlung begeben. Bei diesem regelmäßigen, ne? Ja, größere Mengen regelmäßig getrunken. Und entscheidend ist, wie gesagt, die Motivation. Es gab früher, Sie haben das, glaube ich, auch in einem Ihrer Beiträge schon mal gebracht, gab es ja die Ideen der Suchtkrankenbehandlung, dass man erst einen Tiefpunkt erreicht haben müsste. Es gab dieses Konzept des Hit the Bottom, also einmal unten kräftig aufschlagen. Das ist heutzutage, Gott sei Dank wird das nicht mehr so gesehen. Das funktioniert natürlich, wenn jemand unten aufschlägt, dann ist er im Regelfall motiviert. Aber was wir eben mit unseren Patientinnen und Patienten versuchen herauszuarbeiten, das sind sozusagen die persönlichen Wendepunkte. Und das können Kleinigkeiten sein. Ich fand, ein Patient hat mir letzte Woche erzählt, das fand ich so beeindruckend. Ich frage immer die Patienten, die zu mir in die Klinik kommen, wie kommt es denn, dass sie jetzt heute hier angekommen sind? Warum nicht schon vor einem Jahr oder sowas? Und dann macht er ja. Ich habe einen Sohn, der ist acht und der kam zu mir und ich bin im Moment arbeitslos und sagte zu mir, Papa, ich möchte nicht mehr, dass du mich von der Schule abholst. Da hatte sich der Junge geschämt, dass sein Vater mit Fahne, wahrscheinlich auch leicht im Gang wankend, da vor der Schule auftaucht. Und das hat den Vater so beeindruckt, dass der Vater in eine Entzugsbehandlung gegangen ist und nachher zu uns in die Reha. Und das fand ich großartig. Aber das sind oft so Kleinigkeiten, wo dann Menschen einfach sagen, ei. Und das zeigt ja auch, der spürt was. Der macht sich Sorgen um seine Rolle als Vater und ist bereit, da irgendwie Aktivitäten zu entfalten. Finde ich klasse. Finde ich auch. Finde ich auch wunderschön. Und da vielleicht auch nochmal dran anknüpfend, weil manchmal ja auch so gesagt wird, du musst es für dich machen. Du darfst es nicht für deine Kinder machen oder so, wo ich da manchmal auch denke, was auch immer dir Motivation bringt, nimm das mit, nutz das. Ja, da kann ich Ihnen auch ein schönes Beispiel erzählen. Ich komme ja aus Gütersloh, da ist es sehr ländlich. Und dann kam auch mal so ein westfälischer Bauer, kam da hin und sagte, ich mache jetzt hier regelmäßig bei Ihnen mit und mache auch die Kontrolle, weil ich will meinen Führerschein wieder haben. Ich bin manchmal etwas provokant, habe ich gefragt, dann machen Sie eigentlich jetzt die Therapie nur für Ihren Führerschein. Dann hat er gesagt, nur für den Führerschein. Und wenn ich den Schein wieder habe, dann kann ich auch wieder ein Bier trinken. Der durfte trotzdem Therapie machen, weil letztlich, ja, und dann ist er jetzt weiter in Behandlung bei uns, ist in der Nachsorge und sagt, ach, jetzt will ich das auch nicht mehr. Jetzt hat sich das Thema Alkohol für mich erledigt. Aber dann ist es doch gut. Wenn es dann für den Führerschein ist, ist es aber sozusagen, er hat es gemacht und wie sich das dann entwickelt in einem halben Jahr, das wissen wir ja alle noch nicht. Kenne ich übrigens einige, die eine MPU machen mussten und sich dachten, ja, okay, das ziehe ich jetzt halt durch. Und dann im Zuge dieser ganzen MPU irgendwann bemerkt haben, ah, nee, ich will es gar nicht mehr. Das ist ja eine Erfahrung, die ich oft von Patientinnen und Patienten bekomme, dass sie sagen, ja, und selbst wenn da so ein Bier steht, mit ein bisschen Abstand sind die dann auf einer Feier eingeladen. Kein Bedürfnis mehr, kein Craving, kein starkes Verlangen, die sogar sagen, es ekelt mich. Also ich mag manchmal den Geruch schon gar nicht mehr haben, wo ich wundere mich, wie ich da früher so viel von in mich hineingießen konnte. Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Welchen Unterschied gibt es in der Alkoholsucht zwischen Männern und Frauen? Ja, das ist auch wieder so ein großes Thema im Grunde genommen, Genderperspektive. Erstmal ist es so, dass im Moment es noch so ist, dass es mehr alkoholkranke Männer gibt als Frauen. Und zwar tatsächlich sogar im Verhältnis etwas mehr, also fast drei zu eins als zwei zu eins. Noch. Weil ganz viele Dinge sind eben auch an Rollen gebunden. Also früher war das zum Beispiel für Männer ja selbstverständlich, immer und überall Alkohol zu trinken. Und die Frauen haben sich in unserer Gesellschaft lange Zeit eher zurückgehalten. Das ist jetzt tatsächlich ein negativer Effekt der Gleichberechtigung, dass nämlich Frauen und Männer jetzt gleichermaßen trinken und auch nicht die Frau immer diejenige ist, die fahren muss. Und deshalb der Mann sozusagen ist derjenige, der trinkt. Auch mit beruflichen Belastungen hängt es offensichtlich zusammen, dass Männer in bestimmten Berufstätigkeiten, es gab sozusagen alkoholassoziierte Berufe. Das ist jetzt auch weg. Das heißt, die Frauen holen im Moment ganz stark auf. Man sieht das im Moment jetzt noch nicht an den Zahlen, den offiziellen Zahlen der Alkoholkranken, sondern man sieht das an den Trinkmengen. Das eben in den Trinkmengen, die Frauen. Und das obwohl, und das hatte ich ja eben schon gesagt, Frauen Alkohol schlechter vertragen, daher eigentlich tendenziell auch eher schon betrunken sind und also eher auch schon die negativen Dinge spüren. Ja. Und wenn wir jetzt beim Aufhören sind, ist das für Männer einfacher oder für Frauen? Gibt es da Unterschiede? Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung, dass im Grunde genommen Frauen leichter in Behandlung kommen tatsächlich. Wenn es solche Behandlungsangebote wie ihre gibt, niedrigschwelliger. Weil Frauen offensichtlich eher bereit sind, an ihrem eigenen Verhalten zu arbeiten. Aha. Ja. Das ist der Grund? Das ist eine Theorie. Also wie gesagt, da gibt es, es gibt verschiedene einzelne Studien von Fachhochschulen. Gibt auch die Theorie, dass bei Frauen der Anteil der Alkohol als Symptom, wir hatten darüber gesprochen, dass Frauen manchmal eher noch eine Depression oder sowas haben. Wobei ich dann eben eher sagen würde, dass das oft eine alkoholbedingte Depression ist und eben nicht umgekehrt, also nicht erst die Depression da war, sondern dann die Depression sich aus der Alkoholkrankheit entwickelt hat. So genau weiß man es nicht. Es gibt Gott sei Dank ein paar Genderstudien dazu, das auseinander zu machen. Frauen brauchen auch was anderes. Frauen sind auch in der Therapie neugieriger als Männer. Die wollen Dinge tatsächlich irgendwie für sich eher begreifen. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Also genau, da tut sich in der Wissenschaft jetzt gerade viel. Das finde ich auch einen super, super spannenden Zweig. Und bei mir sind ja auch jetzt aktuell noch in meinem Programm über 80 Prozent weiblich. Und ich kann es mir auch, also klar, ich habe Theorien, weil sicherlich Frauen sich auch eher mit mir identifizieren können. Dann hatte ich so ein Alt-Rosa auf der Seite, spricht vielleicht auch eher Frauen an und so. Aber das finde ich jetzt ganz interessant, was Sie da sagen. Sie vielleicht auch eine größere, also jetzt pauschal gesprochen, eine größere Motivation haben, Dinge zu begreifen, zu verstehen, sich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen. Ja, und es gibt auch Studien, die sagen jetzt weniger auch mit der Sucht, sondern auch in anderen Bereichen der Gesundheitsfürsorge, dass Frauen potenziell auch selbstfürsorglicher sein können. Vielleicht, weil sie es auch, weiß nicht, weil sie es gelernt haben, weil sie immer ja noch auch in Deutschland in der Erziehung oder in der Care-Arbeit, die weit voran liegen gegenüber den Männern und die Männer da erst langsam nachholen, dass sie einfach auch achtsamer mit sich umgehen. Obwohl das den Männern ja auch so gut tut, wenn sie es dann lernen. Ja, aber das ist ja erstmal, es gibt immer noch bei mir in der Therapie, wenn wir Achtsamkeit anbieten, gibt es immer noch Männer, die sagen, das ist doch Weiberkram. Echt, ja. Da mache ich nicht mit. Das ist doch Weiberkram. Da schreit mir Gott sei Dank auch voran. Ja, und das Interessante ist, dass wenn wir es dann bei uns ja so mehr oder weniger auch als verpflichtende Therapiebestandteile haben, irgendwie Achtsamkeit oder sowas, dass die Männer es dann gut finden. Aber am Anfang passt es nicht zu dem eigenen Selbstbild. Und man muss dann aber einfach auch mal jemanden so ein bisschen anstoßen. Dann komm, wir probieren das jetzt mal aus und dann klappt das vielleicht auch. Ist Sucht heilbar? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Früher hieß es ja immer, Sucht ist eine unheilbare Krankheit und wer einmal suchtkrank ist, der bleibt sein Leben lang suchtkrank. Und das stimmt so nicht. Natürlich kann Sucht Narben hinterlassen. Das heißt, wenn ich mir das Bein breche jetzt, falls es nochmal irgendwie Skiwetter gibt, dann ist das Bein gebrochen und dann sieht wahrscheinlich der Radiologe, wenn er mein Bein in zehn Jahren nochmal und sagt, Herr Kemper, hatten Sie da mal einen Schienbeinbruch? Und dann sage ich, ja, da hatte ich mal einen Schienbeinbruch. Merken Sie da noch irgendwas von? Nein, merke ich nichts mehr von. Und genau das ist im Grunde genommen bei der Alkohol auch so. Bei der Alkoholsucht auch so. Wenn ich nie wieder trinke, dann habe ich kein Problem mehr. Und deshalb ist es auch so, dass man es dann ja auch nicht mehr als Diagnose angeben muss. Das heißt, wenn jemand nicht mehr trinkt, die Alkoholerkrankung überwunden hat, dann ist die auch, genau wie auf meinem, wenn ich zum Arzt gehe, wegen einem Magenproblem ich nicht sage, ach, dann hatte ich noch 1998 mal das Schienbein gebrochen. Das ist dann uninteressant. Setzt natürlich voraus, dass ich, wie gesagt, dann auch abstinent lebe und dass ich natürlich nicht so Alkohol trinken kann, wie ich das vor der Suchtentwicklung. Das nenne ich dann quasi die Narbe an der Stelle, die ich habe, dass ich eben bezüglich Alkohol einfach in Zukunft aufpassen muss. Hier schreibt jemand, ich lebe seit zwei Jahren ohne Alkohol. Zusammen mit Freunden auszugehen und zu trinken und Spaß zu haben, vermisse ich am meisten. Die Gemütlichkeit und die Stimmung. Wie kriegt man das Gefühl der Gemütlichkeit wieder her? Das ist Übungssache. Sie müssen sich vorstellen, gerade wenn jemand schon ein bisschen älter ist, der hat ja jahrzehntelang nur Feiern mit Alkohol erlebt. Das heißt, Alkohol gibt es beim Geburtstag, Alkohol gibt es Weihnachten, Eierlikör gibt es Ostern. Das heißt, es gibt also sozusagen in Deutschland bei fast allen größeren Festen, die sind erstmal ohne Alkohol gar nicht denkbar. Oder auch andere Sachen. Ich kann insbesondere als Mann, Frauen traditionell, die gehen dann mal eher zum Kaffeeklatsch. Männer gehen abends zum Stammtisch ins Wirtshaus. Und es gibt noch keine gute Tradition, gerade für Menschen, die heute ein bisschen älter sind, für alkoholfreie, gemütliche Aktivitäten. Und das kann man aber lernen und das muss sich umstellen. Und da bringe ich immer den schönen Vergleich, den ich Ihnen schon mal gemacht habe, wie beim Rauchen, dass sich eben vor 20 Jahren auch keiner vorstellen konnte, dass es ein Wirtshaus, einen Stammtisch mal gibt, wo nicht zwei Zigarre und fünf Zigaretten rauchen, wo heute, wenn einer sich eine Zigarette anzünden will, die alle rausschmeißen und sagen, hast vergessen, dass man hier nicht mehr rauchen darf. Und ich glaube, es müssen neue Aktivitäten entwickelt werden. Das ist aber ein schwieriger Weg, weil, wie gesagt, wenn ich 30 Jahre mit Alkohol gefeiert habe, dann muss ich gucken, wie kann ich die Gemütlichkeit denn neu schaffen. Und dazu gibt es auch verschiedene Programme. Ich glaube, Sie haben bei sich da auch was drin. Ich habe da auch was drin, ja. Und also vor allen Dingen auch diesen Begriff der Gemütlichkeit neu zu belegen. Also zu üben, dass es nicht zwangsläufig mit Alkohol in Verbindung stehen muss. Und da kann man ja, solange die Gesellschaft noch nicht so weit ist und diese Räume und diese Situationen anbietet, tatsächlich entweder in ganz traditionelle Selbsthilfegruppen gehen und sich da Verbündete suchen und mit denen eine neue Form von Gemütlichkeit etablieren oder über mein Programm Leute finden. Da gibt es mittlerweile auch lokale Treffen, wo Leute sich richtig, also ich sehe ja immer die Bilder, sich richtig gemütlich machen und eben eine neue Form von Gemütlichkeit praktizieren. Irgendwann ist das dann Gemütlichkeit. Es gibt noch eine Sache, die ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. Das berichten mir dann Patienten, dass sie nämlich merken, dass die Gespräche, die sie früher alkoholisiert geführt haben, dass die jetzt einfach uninteressant sind, weil es einfach dumm geschwätzt war und dass man auch merkt, dann habe ich gesagt, ja Mensch, dann trinken sie sich doch ein alkoholfreies Bier und setzen sich trotzdem an den Stammtisch. Und dann habe ich probiert, aber es interessiert mich nicht, was die Leute da erzählen. Eben, ja. Das heißt, man muss sich unter Umständen auch tatsächlich nochmal seinen Freundeskreis neu arrangieren, was aber schwierig ist und was eben nicht so einfach ist und da muss man auch ein bisschen Mut fassen. Ja, das verstehe ich. Also das kann tatsächlich hart sein, also erstmal zu merken, man hat selber eigentlich gar nicht so schlau dahergeredet, wie man das immer dachte. Und aber eben auch zu merken, die Menschen sind es vielleicht gar nicht, die mich wirklich interessieren. Ja, das stimmt. Was ich damals auch bemerkt habe, war, ich wollte gar nicht mehr so an dieser Trinkkultur teilnehmen, weil es mir auch geholfen hat, die erstmal in Gänze in Frage zu stellen. Also ich wollte mir auch bewusst andere Aktivitäten suchen, die ich mit Gemütlichkeit oder Lebensfreude oder so verbinde und gar nicht mehr an diesen alten Ritualen teilnehmen, weil ich da nämlich auch dachte, die waren ja auch Teil des Problems. Genau. Also mittlerweile sehe ich das ein bisschen entspannter, aber ganz am Anfang hat es mir auch geholfen, da jetzt erstmal nicht in die Kneipe zu gehen, nicht auf die Partys zu gehen und nicht diese ewigen Restaurantabende zu haben und so. Und da auch ganz neue Aktivitäten, da tut sich jetzt auch ein bisschen, bei uns zum Beispiel gibt es jetzt so ein Ehrenamtsvermittlungsbüro, wo also Leute hingehen können und sagen können, ich würde doch gerne mal was machen, aber meine Kinder, die sind in München und ist keiner da und da gibt es die dollsten Geschichten von der Leihgroßmutter, die eben bei ihrer eigenen Enkelkinder 400 Kilometer entfernt sind, sagt, ja Mensch, ich kann doch mal mit einem fremden Kind zum Spielplatz gehen und kann das machen, ohne dass das gleich immer bezahlt werden muss, weil Geld ja vielleicht auch bei einigen Leuten dann nicht so eine große Rolle spielt. Oder was ich auch großartig finde im Hinblick auf Nachhaltigkeit, es gibt jetzt bei uns ein Repariercafé. Cool. Wo dann eben gerade Leute, die so ein bisschen was auch auf ihre handwerklichen Fertigkeiten halten, dann kann man dann mit seinem Toaster hingehen und dann wird der zerlegt und manchmal ist halt noch was zu retten. Und da einfach einfach neue Sachen auszuprobieren, die man vorher vielleicht auch nicht gemacht hat. Das ist ein toller Impuls, dass es vielleicht dann auch am Anfang gar nicht unbedingt die Gemütlichkeit sein muss, sondern vielleicht auch irgendwas Sinnstiftendes, Handwerkliches, ne? Also dass man ein bisschen auch um die Ecke denkt, rechts und links denkt. Dadurch kommt ja dann auch möglicherweise das Wohlgefühl dann eben und natürlich kann man dann auch anschließend noch eine Tasse Kaffee trinken oder Spaß haben. Es gibt ja Menschen, die nach 20 Jahren Nüchternheit wieder trinken. Was sind die Auslöser für einen solchen Einbruch? Da wird viel drüber geforscht. Immer noch, es gibt den Herrn Malat, das war ein ursprünglich Kanadier, der dann aber eine lange Zeit in Amerika gelebt hat und der hat ein Suchtmodell, ein Stresssuchtmodell entwickelt. Und er sagt, im Grunde genommen müssen zwei Sachen zusammenkommen. Erstmal, dass ich meine Vorsichtigkeit, die ich mir angewöhnt habe im abstinenten Umgang, indem ich die aufgebe. Das heißt, ich werde so ein bisschen leichtsinnig. Die Selbsthilfegruppenbewegung nennt das auch den trockenen Rückfall. Das heißt, ich gehe zum Beispiel auf einmal schon mal in meine Kneipe, die ich bisher bewusst gemieden habe, weil ich eben in dieses alte Umfeld gar nicht zurück wollte. Und jetzt habe ich gedacht, ach, jetzt muss ich aber doch eben einen Kaffee trinken und dann gehe ich da mal hin. Das heißt, ich bin sozusagen ein bisschen unvorsichtig. Ich habe früher die Selbsthilfegruppe regelmäßig besucht und da bin ich aber jetzt die letzten Wochen auch nicht mehr hingegangen. Und sonst habe ich Tagebuch geschrieben und das Tagebuch habe ich dann auch weggelassen. Und dann kommt noch ein äußerer Stress dazu. Das muss es manchmal dann auch noch sein. Dann habe ich einen Streit mit meiner Frau oder meinem Mann und dann kommt es oft dazu. Das heißt, meist kommen zwei Sachen dazu, dass ich meine Wachsamkeit aufgebe und dass dann oft äußere Ereignisse dazukommen. Das müssen übrigens auch nicht negative Ereignisse sein. Ich habe auch manchmal Übermut. Kann das auch sein. Ich hatte jetzt ebenfalls vor kurzem bei mir in meiner Klinik einen Patienten, der war rückfällig geworden, weil er nach 20 Jahren Rückfälligkeit auf der Hochzeit seiner Tochter doch mal unbedingt ein Glas Sekt trinken wollte. Und dann hat er gesagt, dann habe ich das Glas Sekt mit meiner Tochter getrunken und an dem Hochzeitstag hat das alles super geklappt. Und dann habe ich gedacht, guck mal, kannst du doch wieder trinken. Und 14 Tage später war er bei zwei Flaschen Wodka angelangt und hat dann Gott sei Dank die Kurve gekriegt, gleich zu sagen, jetzt hatte ich doch so viele schöne Jahre abstinent und jetzt liege ich da wieder. Und hat sich gleich dann angemeldet und ist gleich zu uns gekommen, hat auch ein dickes Lob dafür gekriegt von mir. Aber auch so diese Illusion, jetzt habe ich so lange und jetzt kann ich doch mal ein Gläschen probieren und ein paar Tage, oder bei manchen Leuten klappt es sogar ein paar Wochen, aber ich kann nur dringend davor warnen und kann nur sagen, liebe Menschen, lasst es bitte bleiben, ihr tut euch damit keine Freude. Und wenn ihr merkt, ihr werdet nachlässig mit diesen ganzen Ritualen und Dingen, die euch gut tun, einfach möglichst wieder anfangen damit. Ja, möglichst wieder anfangen und sich jemanden vielleicht suchen, der einen berät, entweder in der Beratungsstelle oder am Psychotherapeuten. Und es muss eben gar kein Profi sein, sondern es kann einfach auch ein guter Freund sein, der aber für das Thema Alkohol ein offenes Ohr hat. Kann man psychologische Hilfe bezüglich seiner Sucht erhalten, wenn man sich quasi selbst geheilt hat, also eine gewisse Zeit abstinent ist und diese Abstinenz pflegen möchte? Also gibt es dafür Unterstützung, zum Beispiel in Form von Therapie, in der man dann, wenn man schon abstinent ist, die darunterliegenden Probleme der Sucht angehen kann? Unbedingt. Also das ist eine ganz großartige Idee, weil bestimmte Probleme kann man erst mal gar nicht erkennen, wenn man Alkohol konsumiert und erst wenn der Alkohol weg ist, werden bestimmte Probleme auch offenbar, dass da eben doch Ängste noch vorhanden sind oder die dann eben auch durch die Abstinenz alleine nicht weggehen. Und dann ist es eine super tolle Sache, wenn man sich dann Psychotherapeuten sucht. Da sollte man dann, wenn es ernsthafte Themen sind, auch wirklich sich in Beratung begeben. Das machen aber tatsächlich auch mittlerweile die Suchtberatungsstellen. Also das heißt, ich kann auch zur ganz normalen Suchtberatungsstelle gehen und kann sagen, ich hatte mal ein Alkoholproblem und ich möchte aber jetzt an den anderen Themen arbeiten, sollte man unbedingt tun. Super, danke für den Hinweis. Auch wohin man sich wenden kann. Ja, wird auch von den Krankenkassen übernommen. Einziges großes Problem ist, wir haben halt bei den Psychotherapeutinnen und Therapeuten lange Wartezeiten. Also selbst in größeren Städten haben wir mittlerweile sechs Monate Wartezeit teilweise. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was aber gut ist, dass jetzt die Psychotherapeuten auch schon mal so Erstsprechstunden anbieten. Wenn man also in einer besonderen Notlage ist und sagt, ich brauche aber jetzt erst mal ein Gespräch, dann kann man bis zu fünf Termine oft schon relativ kurzfristig kriegen. Wird dann aber, wenn man sagt, ich will mich doch lieber über ein halbes Jahr mit der Thematik beschäftigen, dann muss man eine Wartezeit in Kauf nehmen. Okay, aber durch diese ersten fünf Sitzungen kriegt man schon mal ein paar Sachen. Aber es kann ja sein, dass ich akut jetzt in einer Angstsituation bin und dann auch sage, Mensch, wenn das noch toller wird, dann könnte es sein, mein Suchtdruck wird doch stärker. Das spüre ich. Und eigentlich habe ich mich doch ganz gut jetzt hier gesettelt. Aber ich möchte auch, dass das so bleibt. Dann sollte man, wie gesagt, am schnellsten Termine bekommt man an den Suchtberatungsstellen. Aber auch die niedergelassenen Psychotherapeuten haben eben für diese kurzen bis zu fünf Terminen müssen sie oft, also irgendwer hat immer einen Termin frei. Vielleicht kann man sich seinen Therapeuten nicht aussuchen, aber da ist die Versorgung deutlich besser geworden. Und kann ich mich auch an eine Suchtambulanz wenden? Ja, wenn ich in Städten bin, die entsprechende Krankenhäuser haben, das ist eben das Schöne, dann kann ich mich an die Institutsambulanzen, die Suchtambulanzen wenden. In Gütersloh haben wir sowas hier in München, in Haar gibt es das auch beim Kollegen Zimmermann, wo man auch eben hinkommen kann. Bei uns im Krankenhaus ist es sogar so, ich habe sogar ein paar Patienten, die kommen vor Silvester stationär, weil die sagen, Silvester ist für mich so dramatisch gewesen in der Vergangenheit und ich lebe nun mal alleine und meine ganzen Freunde, die wollen doch Silvester nicht ohne Alkohol feiern und dann kommen die bei uns und bleiben dann bei uns. Das ist ja so klug. Und bleiben dann, ja, und das ist doch toll. Ja. Dann auch nur für zwei Nächte oder nur für eine Nacht und dann ist die Nacht vorbei und dann geht es auch wieder weiter. Und Suchtambulanz bedeutet, ich bekomme dann sofort psychologische Unterstützung? Genau, ich melde mich an. Also bei uns ist es so, wie gesagt, ich weiß jetzt immer nicht, wie die lokalen Gegebenheiten sind. In Gütersloh ist es so, wir haben fünfmal in der Woche eine offene Sprechstunde. Das heißt, an jedem Tag gibt es Stunden, wo man ohne Termine hingehen kann, wo man dann erst mal sein Problem schildert und wo man dann eben vereinbart, braucht man drei bis fünf Einzelgespräche oder braucht man was Längerfristiges. Es gibt auch Menschen, die bei uns so Vereinbarungen machen, dass sie sagen, mir würde das total helfen, wenn ich jeden Tag mal einmal kurz vorbeikomme und puste. Da geht es dann gar nicht so sehr um das Pusten, sondern es ist dann nochmal der nach außen dargestellte Anlass, ich melde mich und habe ein kleines Gespräch. Das ist dann manchmal gar nicht unbedingt mit der Ärztin, sondern es ist dann manchmal einfach auch mit der Sprechstundenhelferin, die dann da sitzt und dann plauscht man und sagt, ah, wieder einen Tag überstanden. Das ist eine total feine Sache, weil das ist eben sehr niederschwellig. Ja, Verbindlichkeit. Jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Was sagen Sie zum Thema Microdosing mit Psilocybin? Also das bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Forschung jetzt, die untersucht, ob man Alkoholabhängigkeit durch Magic Mushrooms, also so eine LST-ähnliche Substanz, therapieren kann. Psilocybin sind ja kleine Pilze. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wie er auf Deutsch heißt. Das ist der spitzkegelige Kalkopf. Der wächst auch auf bayerischen Wiesen. Oh! Der wächst im Prinzip auf gut gedüngten Wiesen, also gerne auf Dunk, also auf Kuhfladen mit anderen Worten. Und hat eben eine halluzinogene Wirkung. Und der Albert Hoffmann, das ist ein Schweizer Pharmakologe, der Erfinder des LSDs, LSD kennen Sie auch, Lyserg-Säure-Dyethylamid, hat er, glaube ich, 1943 synthetisiert. Und das hat er damals schon gesagt, könnte man eigentlich als bewusstseinserweiternde Droge einsetzen und könnte eben in diesem Zusammenhang auch wirken, gegen Depressionen, davon geht man aus, gegen Therapie, reflektäre Depressionen, also die sich nicht so ohne weiteres behandeln lassen, durch andere Medikamente nicht weggehen. Und unter anderem wird jetzt eben auch diskutiert, ob es im Alkohol hilfreich sein könnte. Aber inwiefern? Direkt als Medikament, damit das Craving weggeht oder bewusstseinserweiternd im Sinne von, ich kriege nochmal eine neue Perspektive? Ja, das ist also im Moment, also man diskutiert beides, man macht Versuchsreihen, das war eben lange verboten. Aber im Moment ist es erlaubt, also es gibt insbesondere in der Schweiz dazu Genehmigungen, dass man das eben machen kann. Und es ist eine Kombination aus Psychotherapie. Das heißt, so ein bisschen ist es vielleicht am ehesten vergleichbar, was früher Sigmund Freud mit der Hypnose gemacht hat. Weil die Hypnose an sich, die klassische Hypnose, die heilt ja nicht, aber man kommt an verschüttete Erlebnisinhalte dran, die man dann entsprechend aufarbeiten kann. Und so ist das ja mit den Psylozybinen oder mit dem LSD auch, dass man dann was für Erlebnisse kommen hoch, kann man vielleicht da an Traumata drankommen, die sonst verschüttet sind. Und es gibt aber auch mittlerweile die Idee, dass allein durch dieses Bewusstseinserweiternde, man gerät dann ja in ein gewisses spirituelles Erleben, also ein Teil der Forscher, die sich damit beschäftigen, sagen, vielleicht kann das auch schon Veränderungen bewirken, dass man dann eben auf den Alkohol verzichten kann. Das ist im Moment im Versuchsstadium. Da wird halt experimentiert von einigen Forschern, die das auch sehr seriös machen, auf einem wissenschaftlichen Hintergrund. Also es ist kein Hokus-Pokus. Ich bin jetzt, was die Breitenwirkung angeht, eher skeptisch nach den bisherigen Versuchen, die da gelaufen sind. Aber natürlich soll man Sachen ausprobieren und vielleicht kommt da ja was bei rum. Und Mikrodosis LSD ist ja sowieso hoch konzentriert. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal in irgendwelchen Lehrbüchern oder in Videos gesehen haben. Das wird ja auf Esspapier dargereicht, weil es eben so minimale Mengen sind, die man dafür abreichen muss. Das mit dem spirituellen Erlebnis finde ich gerade total interessant, weil ja einer der beiden Begründer der anonymen Alkoholiker auch so ein krass intensives spirituelles Erlebnis, so ein Entweckungserlebnis hatte und ja eigentlich auch gesagt hat, das war das, was ihn geheilt hat. Dann hat ja nur sein Arzt gesagt, ja Bill, das ist ja schön und gut, aber du kriegst die Leute nicht über Spiritualität. Argumentier mal lieber mit der Krankheit. Ja, ja, klar. Das ist ja irre. Also das ist praktisch eine Hypothese, dass die Leute diese tiefe göttliche Verbindung dann spüren und dadurch geheilt werden können. Wobei es eben da ja nicht nur um Göttlichkeit geht, sondern es geht auch um Naturerleben, aber es geht eben um eine Form von spirituellem Erleben. Und da weiß man eben auch aus anderen Bereichen, dass das funktionieren kann. Das ist sicherlich nicht eine Sache, die für jeden geeignet ist, aber das zumindest mal nachzuverfolgen, finde ich lohnenswert. Aber das ist ja auch eine Wahnsinnsverantwortung also eine wahnsinnstherapeutische Verantwortung, Leute in diesem bewusstseinserweiterten Bereich zu begleiten. Da kann man ja auch viel falsch machen. Die Leute werden quasi psychotisch. Das ist ja eine künstlicher beigeführte Psychose. Und deshalb darf man das auf keinen Fall alleine machen, sondern man muss dann wirklich jemanden kompetenten an der Seite haben, damit man nicht, es gibt ja leider dann auch immer die Menschen, die damals dann auch auf dem LSD, als das da zu Zeiten von Simus O'Leary so ein bisschen populärer war und dann Menschen durch den Central Park gegangen sind und den Leuten dann LSD als Augentropfen verabreicht haben. Wie bitte? Ja, sie lagen in der Sonne und kam einer vorbei und sagte, möchtest du mal ein bisschen LSD? Und dann haben sie ihr Auge hingehalten und nachher wunderbare psychedelische Erfahrungen gemacht. Oh mein Gott. Man kann damit alt werden. Albert Hoffmann, der das erfunden hat, ist 102 geworden. Also ich finde, das klingt ein bisschen unheimlich. Kann man auch drauf hängen bleiben? Ja, das ist die Gefahr. Und wie gesagt, wenn man dann so dieses psychedelische Erleben hat, kann man auch mal aus dem Fenster springen und fliegen. Und wenn das Fenster dann im Erdgeschoss ist, ist es ja okay. Aber wenn es eben im fünften Stock ist, ist es gut, wenn man jemanden dabei hat, der einen festhält. Ja, aber das ist dann auch das Risiko, was bei dieser Forschung und dann eventuell auch bei der Anwendung besteht, ja? Ja, wobei an sich, das muss man auch dazu sagen, die Psilocybin und das LSD jetzt suchtmäßig keine gefährliche Substanz ist, weil es weder körperlich noch psychisch abhängig macht. Habe ich übrigens auch mal gehört, dass deswegen das bei den Dealern gar nicht so interessant war, weil die Menschen nicht süchtig werden. Ja, okay. Also Sie sagen, es ist ein interessanter Forschungszweig, aber wird wahrscheinlich nicht massen. Es wird nichts für die große Masse sein, wobei das Thema Spiritualität ist ein großes Thema, weil das ist in Deutschland so ein bisschen runtergefallen, dass es ja doch viele Menschen gibt, die da ein spirituelles Bedürfnis haben, was aber jetzt ja von den großen Religionen nicht mehr vernünftig bedient wird, weil da kann ich auch alle verstehen, die jetzt von den christlichen Religionen sich im Moment aufgrund der Repräsentanten so ein bisschen abwenden und sagen, da fühle ich mich nicht mehr gesehen und das ist auch ein System, was ich nicht mehr unterstützen möchte, die aber trotzdem sagen, eigentlich habe ich da ein inneres Bedürfnis. Und das kann über die Natur gehen, das kann über andere Dinge gehen, manche gehen dann zum Buddhismus über. Und auch das sind ja Möglichkeiten, die bestehen und die können wir auch nutzen. Ja, kann auch ein Wahnsinnsfaktor sein beim Weg in die Abstinenz. Meditation ist ja auch letztlich spirituelles Tun. Ja, schlussendlich ist Spiritualität ja auch einfach eine tiefere Form von Verbundenheit zur Welt, in welcher Form auch immer. Ja. Welche empfehlenswerte Weiterbildungen für medizinisch tätige Personen ärztlich oder pflegend gibt es, also mit der Option der Anrechnung als Fortbildung? Ja, da gibt es ganz viele tolle Angebote von den unterschiedlichsten Anbietern. Also einmal bieten die Selbsthilfegruppen jede Menge Schulungen an. Dann gibt es hier jetzt in Süddeutschland gibt es den Verein Quest, der hat ein ganz umfangreiches Angebot. Was ich allen empfehle, weil man das nicht nur jetzt suchtspezifisch, sondern auch weit darüber hinaus anbieten kann, ist Motivation Interview. Das ist relativ leicht zu lernen, ist ausgesprochen menschenfreundlich, weil es sehr, sehr wertschätzend ist, weil es einfach auch eine Grundhaltung vermittelt, die im Umgang sowohl mit suchtkranken Menschen wie aber auch mit anderen Berufsfeldern wunderbar passt. Und es ist eben übersichtlich. Man muss sich nicht für drei Jahre verpflichten, sondern man kann ein Schnupperwochenende machen, man kann aber auch ein bisschen mehr machen. Und das wird bundesweit angeboten. Da kann man dann im Internet recherchieren, ein bisschen gucken, wer es anbietet. Okay. Da kann man sich sicherlich was aussuchen. Das mit der Recherche, das haben wir schon mal für dich erledigt. Also, falls du dich für das Thema Motivational Interviewing interessierst, schau einfach in die Videobeschreibung. Auf Deutsch heißt diese Methode motivierende Gesprächsführung. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dich dahingehend weiterzubilden. Bald kommt dann noch ein Video, in dem Herr Kemper noch ein paar Fragen dazu beantwortet, wie man sich als Angehörige oder als Angehöriger von Menschen mit Alkoholproblemen am besten verhält. Danke fürs Zuschauen. Und falls du auch noch Fragen hast zum Thema Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Abstinenz, poste sie doch gern mal unter dieses Video hier. Dann schau ich, dass wir hier auf dem Kanal nach und nach so viel wie möglich davon beantwortet bekommen. Bitte gib diesem Video einen Daumen hoch. Bitte abonniere diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.